So und damit herzlich willkommen zurück zu Definitely Not Fried Chicken und falls ihr euch fragt, wieso ich diese ganzen Symbole da wie ihr anhabe, letzten Part haben wir das hier rausgefunden, dass irgendwie aus irgendeinem Grund mancher unserer LKWs, die mit was anderem beladen sein sollten, wo sie irgendeinem Grund hier mit unserem Standard Cannabis beladen sind, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil wir eigentlich eingestellt haben, die können das gar nicht mitnehmen, aber sie im Grunde haben es trotzdem. Deswegen sind diese Symbole an, damit ich das mitbekomme und wir sehen, dass das alles abgeladen werden kann hier. Wir müssen tatsächlich einfach die das irgendwo anders abladen lassen, weil sonst kriegen wir das dann hier raus, zumindest nicht meines Wissens. Gleich könnte die irgendwie zur Universität oder so schicken, aber das hier hat ja wenigstens irgendeinen Sinn, das andere halt nicht. Und deswegen hoffe ich, dass das irgendwie so machbar ist. Ich würde nämlich gerne endlich den Nachtclub hier eröffnen. Aber das ist erstaunlich schwierig, wenn die ganze Zeit nur irgendwelcher Müll dahin geliefert wird. Hier ist, glaube ich, die einzige Sache, die auch noch hier in dem LKW ist, ja, ist auch da nicht, sollte da eigentlich auch nicht drin sein. So, schicken wir dich gerade mal nicht mehr da hin. Weißt du was, du bringst das gerade einfach mal dort drüber. Du sollst aber bitte eigentlich auch nicht da zurückfahren, weil... Jetzt wird er dann natürlich nochmal mit dem ganzen guten Zeug aufgeladen und dann kriegt er das ganze gute Zeug dahin. Das soll doch nicht so sein. Ja, nee, Moment, dann schicke ich dich halt da hin. Denn dort kannst du nur das Schlechte abladen. Der ist zwar schon basically voll, aber... Since when do I care. Gucken wir einfach mal, ob irgendeiner der anderen LKWs, der frei ist hierfür. Beziehungsweise der auch irgendwas hat, was wir dahin liefern können. Wo bist du denn gerade? Folgen. In deiner Garage. Ja, bist du? Sehr gut. I do like that. Ich glaube, du auch. Oder? Moment, Moment, Moment. Äh, folgen. Okay. Dann darfst du dort auch hin. So, was ist mit dir? Du bist auch hier sehr schön. Hoffen wir einfach mal, dass die sind, die tatsächlich auch funktionieren. So, gehen wir nochmal da rüber. Und schauen doch mal. Ne, da ist auch Müll drin. So, Sekunde, du bist momentan noch hier. Danach fährst du darüber. Weil auch du Bullshit an Bord hast. Der auch. Ich weiß nicht, wo die das her haben. Ich bin mir so sicher, dass wir da nie den Staff aufgeladen haben. Und vor allem nicht irgendwie, manche LKW, also der eine oder andere LKW waren ja gar nicht in der Lage, irgendwas hier abzuladen. Sprich, die waren ja dann komplett voll mit Stuff, der da nicht reingehört. Was ich mir halt wirklich nicht vorstellen kann, wie das überhaupt passiert. Du kannst auch jetzt als nächstes da hinfahren. So anstrengend. Wo bist du denn gerade? Hey, du bist hier. Liefert der denn irgendwo hin? No, besser nicht. Machen wir das doch mal. Du lieferst einmal dort hoch. Du auch. Okay, du lieferst darüber. Du lieferst momentan nirgends hin. Sprich, jetzt lieferst du dahin. Du auch. 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 Wir müssen die alle halt durchchecken. Bei allen von denen könnte irgendein Bullshit drin sein. Es ist leider einfach so. Okay, das ist schon funny irgendwie zu sehen, wie jetzt die ganzen LKWs hier als Kolonne losfahren. Also muss ich den schon lassen, das ist cool. Aber ja, das wird der Horror. Schauen wir doch mal vorbei und sehen, wie es so um die ganzen Dinger steht. So, da müssen wir ja gleich alle ankommen, hier drüben. Ja. Ja. Da sind die ersten beiden. Habt ihr es da an Bord? Ja. Ich habe nur Müll an Bord. Warum? Warum? I hate it. Ach. Du darfst auch nur noch dahin jetzt. Bye. Bye. Und der andere, der hier ist. Der hier. Ne, du bist schon da drauf. Also das ist der. Nennt er. Ich würde gerne den anderen. Ja, den hier auswählen. Anja, habe ich auch schon. So. Auch den habe ich auch schon abbrechen lassen. Hallo. Uri. Du hast noch nicht gecheckt scheinbar, dass du nicht mehr da bist. Aber du bist nicht mehr da. Dahin sollst du. Denn hier hast du nichts zu suchen momentan. So. Also da ist der. Oh ne, ich sehe es jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon, dass er wieder. Oh. 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 Die wirklich kleinen Erfolgserlebnisse. So, du fährst ein und tschau. Beziehungsweise Sekunde, Sekunde, ich habe. Habe ich. Habe ich das hier abgewählt. Jetzt habe ich es abgewählt. Ich weiß nicht, ob ich das bei den anderen abgewählt habe. Nee, der fährt noch dahin. Wir werden es sehen. Ab irgendeinem Punkt haben wir es ja. Es ist einfach sehr anstrengend. Weil, ja, es sollte nicht so sein. Wenigstens funktionieren manche Dinge. Ich lasse es nochmal ein bisschen schneller, damit das einfach ein bisschen flotter geht. Ich glaube, es sind nur noch zwei drin. Ja. So, jetzt nehmen wir dich mit. Das hier wählen wir ab. Du gehst als nächstes dorthin. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendwelche Trucks hierher kommen gerade. Wir werden es gleich merken. Ja, und zumindest einer ist wieder voll mit Müll. Und das glaube ich einer, wenn ich jetzt richtig sehe, den nur voll mit stuff ist ja auch tatsächlich her. Ja, also, dass ich das noch erleben darf. Dass ich das noch erleben darf. Das ist halt wirklich, ja, naja. Mal schauen, ob noch irgendjemand momentan überhaupt hierher fährt. Und wahrscheinlich ist es der Donutladen, wo ich die alle gerade die ganze Zeit hinschicke, um abgeladen zu werden. Auch so insane überfüllt. Da ist wieder einer, der tatsächlich mit stuff beladen ist, der richtig ist. Manches davon ist aus irgendeinem Grund nur auf Stufe 2. Ich weiß nicht ganz, wieso. Kann sein, dass das Zeug ist, was wir relativ zu Beginn produziert haben, was noch nicht auf Stufe 3 war. Weil eigentlich müsste alles, was wir currently produzieren, eine Stufe 3 sein. Da habe ich mich ja eigentlich drum gekümmert. Das war da kein Müll abliefern. Ja, ich sehe gerade niemanden abladen. Leute. Don't do this to me. Don't do this to me. Ladet ab. Ich habe es schwarz auf weiß, dass der richtig hier ist. Ich habe ungute Gefühle bei der Sache. Sie laden nicht ab. Ich warte mal noch ein klein wenig. Vielleicht kommt ja noch irgendwie der Change of Mind bei den Leuten. Irgendwie morgens. Weil ich habe ungute Gefühle. Vielleicht schauen wir zwischendrin mal woanders rein. Nämlich hier beim Donutladen, der wahrscheinlich in Seelen überfüllt ist. Ja. Natürlich ist er das. Und wenn ich das richtig sehe, hat der hier schon alles abgeladen, was nicht das passende war. Weil das ist ja das Wichtige. Ich habe, wie gesagt, manche Trucks hier geschickt, die zum Teil Müll geladen hatten, der nicht bei denen sein sollte. Sprich, ah nee, bei Truck 1 ist immer noch Stuff drin, der nicht rein soll. Aber wie kriege ich die denn weg? Weil die laden den ja scheinbar auch nicht aus. Müssen die immer von hinten nach vorne abladen? Nee, jetzt haben sie es gemacht. Okay. Es gibt Dinge, die muss ich schon mal nicht verstehen. Ich kann leider auf der Karte nicht besonders reinzoomen oder so. Wissen du? Beziehungsweise eigentlich beide gerade, ne? Beide haben nur noch Stuff, der tatsächlich da sein soll. Natürlich der Erste und der Dritte können aufhören, dahin zu liefern und jetzt dahin liefern und da abbrechen. Ja. Lassen wir den mal ein bisschen fahren. Und dann müssten wir da den, nicht den hier. Ich will den anderen. Also so schwer. Ja, genau den. So, du liefst auch nicht mehr da hin, sondern auch jetzt dahin. Was sollte der eigentlich? Ah, der mittlere ist auch eigentlich nicht für die Sorte verantwortlich, die er momentan dabei hat. Warten wir mal ab. Kann nur sein, dass hier irgendwann das Lager voll wird. Weil wir so viel Trash haben, der eigentlich nicht dahin gehört. Lad bitte den erst ab. Danke. Sehr, sehr, sehr lieb von dir. Moment, bevor du fährst. Amin, jetzt eigentlich bist du schon losgefahren. Du darfst jetzt auch wieder dorthin. Lass mich, lass mir kurz gegenchecken. Ich vermute, der, der jetzt hier ist. Oh nee, der ist tatsächlich sogar richtig hier. Auch wenn der schon mal auch eine Sache hat, die er nicht haben sollte. Eigentlich war's mir echt mehr ein Rätsel. Alles sehr abstrus. Ja. Schauen wir doch mal, wie es jetzt da drüben im Lager aussieht. Und ob da jetzt noch irgendein Stuff ist, der nicht hin soll. Nope. In den beiden ist nur Stuff drin, der auch da sein soll. Aber er ladet aus irgendeinem Grund gerade trotzdem nicht ab. Was ich immer noch nicht nachvollziehen kann. Doesn't make any sense in der Kamisale. Moment, ich sag mal zu denen, dass sie noch mal kurz fahren sollen. Wenn sie wieder zurückkommen, werden sie ja vielleicht abgeladen, richtig? Weil, wie gesagt, von dem, was sie dabei haben, passt es. Aber ich glaube, wir öffnen den jetzt auch einfach gleich mal. Moment, wir müssen erst mal hier rüber und zu unserer Reklame-Tafel. Da ändern wir das jetzt mal. Da soll natürlich jetzt unser Nachtclub sein. Dann checken wir gerade mal nochmal gegen, ob auch alles noch vier Sterne hat. Weil wir hatten das irgendwie ein anderes Mal, wo ich dann irgendwelche anderen Sachen übersehen hatte. Aber eigentlich müsste alles andere vier Sterne haben weiterhin. Ja, vier Sterne. Und ja, ich weiß, dass das Game, äh, ich im Endgame sehr ruckelt. Liegt aber tatsächlich nicht an mir. Das ist ein genereller Performance-Mark vom Spiel. Endgame. Zumindest habe ich das gelesen. Okay, das darf der auch tatsächlich da sein sollte. Wow, wer hätte das gedacht, dass es überhaupt möglich ist? Wird aber auch irgendein Grundschalter nicht abgeladen. I hate it. Und, oh, Moment, du hast nur drei Sterne. Warum hat das nur drei Sterne? Siehst du genau, dass wir genau wegen sollten in Sachen scheue ich da immer wieder vorbei. Du hast nur drei Sterne. Das ergibt keinen Sinn. Alle Produkte verfügbar. Was ist denn nicht verfügbar, bitte? Oh, Moon-Sorte ist nicht verfügbar. Nee, doch, Moon-Sorte ist verfügbar. Was ist denn bitte nicht verfügbar? Fisch. Fisch. Fisch nicht verfügbar. Jamfisch. Hey? Äh... I don't get it. ehrlich zu sein und das brauchen denn die fische noch mal egal auf jeden fall passt wenn ich ein hier rein obwohl da kann ich glaube ich nichts inbauen haben wir den irgendwo platz wo ich bauen darf nicht in der küchener nicht wirklich in der küche im kundenbereich sind die nicht so happy damit wenn ich da baue die luftfeuchtigkeit ist die falsche immer noch nur drei sterne keine ahnung wieso i don't get it wir haben wir haben es eigentlich wir sehen sie also die ganzen verarbeitungssachen da sind hier ist nur irgendwie aus irgendeinem grund scheinbar nicht wir sehen ja auch hier ist alles abgehakt also einige sachen ist echt abstrus da werdet ihr dann abgeladen ja wir öffnen einfach mal why do i care die öffnungszeit so wirklich erst 20 uhr spricht wir werden es erst gegen ende des parts mitbekommen wenn tatsächlich geöffnet wird aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht dann können meine ganzen leute hier noch ein bisschen ein bisschen stocken das ist ja schon nicht unwichtig aber ihr macht das schon glaube an euch ich versuche das halt noch so ein bisschen nicht im auge zu behalten weil ich weiß sonst wird es wieder riesen chaos ich habe keinen bock darauf dass wieder riesen chaos ist ab nächsten part würde ich mich dann wahrscheinlich schon damit beschäftigen wie war das casino gebaut bekommen wenn das hier nämlich läuft dann können wir uns da endlich drum kümmern da freue ich mich auch schon drauf aber endlich noch mal ein bisschen was zu bauen und dann haben wir auch endlich ein weiteres business wo wir dienst dafür liefern können aber nicht funktioniert das wenigstens wenn wir ein lkw da entladen sie auch wieder nicht richtig also den letzten hier und bei dem hier nehmen sie auch die letzte sache nicht raus übersehen echt gewinnungsbedürftig meine leute echt gewinnungsbedürftig so der und der fahren dann einfach mal oder sollen die falschen naja passiert im schlimmeres wollen wir gleich mal wie es aussieht sagen wir eigentlich was haben wir eigentlich alles was wir hier brauchen dann also kann ich hier nicht sehen mehr und hier kann ich auch noch nicht sehen weil wir noch nicht irgendwo das zum grundstück gemacht haben machen wir nächsten part glaube das war aber auch relativ easy muss sagen dass hier finde ich ging auch alles zu bauen also wir werden erst sehen noch ob es überhaupt funktioniert aber ich glaube ist zumindest mal langsam kommen wir dem ganzen jahr näher es sollte funktionieren ob laden dieses mal den zweiten track auch ab bitte ja okay wollten mich schon sagen ich habe den nicht aus spaß hierhin gestellt aber wir haben aus irgendeinem grund nicht alle sorten hier wieder also ich glaube der einen sorte sind die ganzen trucks auch noch beim beim falschen geschäft weil sie zeug dabei hatten was nicht dabei haben sollten haben wir doch mal beim 100 laden vorbei ihr habt da sehe ich doch schon auf jeden fall mal wieder zwei die eigentlich hier sein sollten also nicht sein sollen müssten so der erste und der zweite die können wir schon mal los schicken hier wieder du darfst ab jetzt auch offiziell dahin fahren und du auch warten wir das ganze mal ab theoretisch müssten sogar noch weitere weitere delivery tracks hier vorbeikommen außer ich habe irgendwas falsch gemacht das merken wir gleich hier laden sie auch manchmal doch jetzt laden sie wieder ja mir wirklich vielleicht ein bisschen mit dem lager übertrieben aber in dem fall freue ich mich mal ein bisschen drüber ja da ist wieder einer von denen die halt komplett durch mischt sind was aber nicht so sein sollte es ist wirklich einfach baffling wüsste wirklich wie wir es zustande kommt sehr sehr gerne sogar hier läuft eigentlich relativ gut aber jetzt nicht das gefühl dass viel mehr dazu gekommen ist aber auch nicht viel weniger geworden hey und ich glaube in unserem restaurant haben sie aus irgendeinem grund plötzlich wieder fisch ich weiß nicht wieso sie vorher keinen hatten wieso er jetzt wieder da ist aber scheinbar haben sie endlich wieder anerkannt dass fisch da ist keine ahnung ob das irgendwas gebracht hat was ich gemacht habe oder ob das einfach nur zufall war aber es scheint zu gehen und das ist das einzig was zählt sie sind auch wieder am abladen sehr gut ist bei dem einen track aber bei dem wir nicht wir haben aber auch 20 uhr durch sind unsere leute hier und kundschaft 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 können wir die leute auch bedienen ich weiß ich weiß ihr ladet gerade ab können wir bitte auch die leute bedienen sonst machen wir kein geld Leute irgendwer oh das ist nicht gut oh das ist nicht gut wir haben vier kassen und es ist eine besetzt ich meine ich weiß es wird besser sobald wir das lager einmal komplett voll haben muss halt nicht durchgehend abgeladen werden das ist das gute aber im moment ist es noch nicht so super optimal oder bürgermeister also ich weiß der bürgermeister ist ist der könne aber egal ich will dich gewarnt haben wenn du in meiner stadt weiter kokain deals bezahlst du das mit blut nö nein nicht schon wieder nicht schon wieder ja wir kümmern uns nächsten part drum würde ich behaupten wir kümmern uns nächsten part drum lasst mir auf jeden fall gerne noch ein like da wenn es euch gefallen hat ein abo wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten part von definitely not fried chicken bis dann und ciao ciao